Wir sind heute hier in der Soccer-Arena in Sindelfingen und führen unseren ersten Sponsorencup durch. Es gibt Mannschaften, die haben sich Trikots extra machen lassen, haben richtig investiert. Ich glaube, da geht es um den Wanderpokal. Wir sind ein Stuttgarter Unternehmen als VBV-Versicherungen und da freut es mich gerade ganz arg, dass jetzt seit unserer Partnerschaft mit den Kickers jetzt läuft, immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart dann auch das Herz für die Kickers entdecken und auch jetzt gemeinsam mal ins Stadion gehen. Wenn man einfach mit anderen Sponsorenmannschaften dann auch gegeneinander spielen kann, man kennt sich halt nur von den Spielen und das ist natürlich schon mal toll, dann in so einem anderen Rahmen beim Fußball, was uns alles ja begeistert, hier gegeneinander zu kicken, ist einfach cool. Es ist schon einfach so dieses Familiäre, man verliert sich nicht in der Menge und das zeichnet schon die Kickers und auch so einen Sponsorencup einfach auch aus. Das ist genau, was wir wollen, die Nähe zum Verein, zur Mannschaft und ich denke, das ist auch das, was uns auszeichnet, die Nähe nicht nur zum Verein, sondern auch zu den Spielen. Anstoht-Rebellion Anstoht Anstoht An mir lieb Cash Anlaşt sled Anstoht 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 Vielen Dank.